Also ich darf gewinnen, aber... Sandy! 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 Auf Platz 6! Auf Platz 5 sitzt der Thomas. Thomas! Thomas! Großzügig auf um 50 auf auf 28,400. Wo ist er denn da? Thomas! Ja! Kackt! Was? Was denn? Auf an den Final Table. Ist das hier der Final Table? Nee, das ist der Löser-Tatel. Superbar! Wir müssen einen Einsatz dann für die nächste Runde geben. Hier ist er! Nee, da bin ich draußen. Nee, du gehst mal anders wieder rein dann. Wir wollen jetzt nur die großen. Und lass einfach beides draußen. Doppelt hält besser, genau. Mit 40.200 der Atomi. 8.000 dabei. Und schon, ha? Ich glaube, ich habe nicht mehr einen. Wir haben die mitgebracht. So können wir uns überreißen, können wir die rausreißen. Er hatte zu viel... Nein, aber du konnte dann nicht. Das war sehr laut. Bei uns ging es gar nicht anders. Ja? Ja. Nee, aber. Wir haben uns Mühe gegeben. Er hat sich ungefähr bemühen. Was warst du denn so, Rude? Äh... Wasser? Warte mal, da drüben. Guck mal, hinter dir steht Wasser. Guck mal, jetzt geht es rein. Mit 42.200 der F.A.L.K. Entschuldigung. Nein, man kriegt mal einen Kirscherzessen. Oh, Rade, warte mal, kennt es noch? Ja. Warte mal, ich gehe der meins holen. Ja, ich gehe erfolgen. Oh, ey, du bist so ein Guter. Ich weiß. Ehe Guter. Ha, ha. Du musst aber da jetzt ja ruhig. Ich dachte, du warst sicher, da bleibst ja. Ich bin ja nicht zu Hause. Ich bin ja nicht zu Hause. Ah, ja, du ja. Aber hier, ich bin das erste Mal hier da so. So, ich werde jetzt der Einfachkeitmeiber werden. Die 50er zu 5000ern. Okay? Zu viel, ey. Weil ansonsten aber zu wenig. Aber ich halte zu viel für den Weißen. Hat sie mir das Meier gesagt. Na, Sonnengerät. Was ist der Scheiß? Puff. Fähne, ne Ahnung. Kannst du auch tun. Ne, Klasse, mach's jetzt. Egal. Sech. Und noch andere Spatze. Fisch. Fisch. Fisch, Fisch. Ne. Fisch haben sie. Ehe. Ehe. Eins krieg. Hier. So, hier haben wir 11. Ich weiß nicht, wie viel Worte drin. Ich spende mal auf. Ja, eben. Ich glaube, wir haben keine Tausendung mehr am Müsatee, oder? Zehntauser meinst du? Was? Zehntauser? Die haben sich plötzlich vor... Vor vielfach. Ach, die haben sich plötzlich vor zehnfach? Ja, vor zehnfach. Ne, die ganze. Zehnacht. Sechswundert. Wir haben jetzt die 50, die 50 haben wir zu 5000 angemacht. Alles klar. Also hier kriegt 2.000. Ich. Da gibt es viele Applaus. Das ist Wahnsinn. Wuhu. 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 Und mit 91.700. Wie ist der denn dort? 50? 60? 60? Hallo! Das Gelubbe auf der Rotschattung. Das Gelubbe! Das ist ja ein Gewinn wieder vor Schaus. Das Gelubbe ist immer wieder vor dem Berg. So weit sind wir nicht gekommen. Das kann nicht wahr sein. Schön. Aber der wird 10,000 was nicht. Von 20? Von 20? Von 20? 90? 1,97. 1,97. 1,97. 1,97. Die beiden haben sich von mehrfach. Zu spät. 1,94. Ja, ok. 10. Wochen fertig! Hallo! Sag mal Frank, wie war denn das jetzt? Der Loser-Tisch für Trikot gar kein Geld mehr? Oder wird das gespürt? Ihr könnt sich wieder einen Einsatz festlegen. Zum Beispiel 1 Euro, 10.000 Chips. Und dann fängt es wieder ganz normal an. Wir fangen quasi wieder von vorne an. Und du kannst dich jederzeit auszahlen lassen. Also sagen wir, du hast dann 50.000 Dollar. So mit dein Ziegertisch brachte, ne? Ja, ja, genau.